Und damit also moin, moin und herzlich willkommen zum vierten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga-Auswärts bei Rot-Weiß-Erfurt. Heute also Spieltag Nummer 4, unser zweites Auswärtsspiel und hoffentlich, aber mal sowas von hoffentlich, der erste Sieg. Jetzt bislang ja zwei Unentschieden, eine Niederlage, bislang läuft es überhaupt noch gar nicht. Vor allem, weil unser Auftaktprogramm eigentlich nicht so schwierig war. Da hätte man durchaus mehr Punkte mitnehmen müssen, eigentlich schon fast. Von daher sieht es da nicht so ganz so gut aus. Deswegen heißt es heute, umso mehr die Punkte holen gegen einen Aufsteiger, gegen einen, der hinten drin kämpft, um sich da mal gleich ein bisschen abzusetzen und vorne irgendwo zu festigen. Aufgepasst, zwölfte Minute, wir hatten schon mal zwei gute Chancen. Zum ersten Mal etwas wie Torgefahr. Aachen hat die erste kleine Möglichkeit, mit Glück gelangt der Ball in den Laufweg von Weißer, der den Ball über 30 Metern nach vorne trägt und dann auf Parker passt. Dieser schießt sofort, aber der Kopf von Schoar, Uamari, ist im Weg und dieser fälscht den Ball zur Ecke ab. Okay, das Ganze aber jetzt schon 23 Minuten lang her, also es passiert nicht allzu viel im Spiel. Die ersten Noten kommen rein, stehen bei einer 3,5, der Gegner auch. Von daher ist das Ganze in Ordnung. Durchschnittsstärke hier von 63, wir von 68. Also wir sind schon klar besser. Aber das müssen wir eben auch dann im Spiel zeigen und dann müssen wir auch unsere Tore machen. Das ist ja noch so ein bisschen das Problem, die Tore bzw. letztendlich auch wichtige Tore mal zu erzielen. Das 1 zu 0 mal zu schießen, das ist noch so ein bisschen das Problem. Und zum anderen auch, wenn man mal führt, dann auch dieses 1 zu 0 mal ein bisschen länger halten als 10 Minuten. Das wäre auch mal nicht schlecht. So, 27. nochmal die Chance für uns. Parker wird von Uamari zur Ecke geblockt. Gibt also nochmal den runden Ball. Vielleicht jetzt mal das Tor nach einer Ecke, aber auch hier nicht. Wir hatten in der Saison schon richtig viele Ecken, muss man ja mal so sagen. Statistiken, wo haben wir sie denn? Drei Ecken hatten wir schon jetzt. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber keine geht rein und das ist auch noch ein bisschen das Problem. Da kann man mal so geil was draus machen. Mal so unvorhofft in Führung gehen. Aber gut. Kriegen wir es schon hin. 31. Minute. Gehen wir hier wieder mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Aufgepasst. Nächste Chance. Keine gelbe Karte da. Für Parker. Oh, war es mal eine Schwalbe von ihm. Machen wir nochmal geht rauf. Shiri hat uns bereits im Auge. Müssen wir uns ein bisschen jetzt schon zurückhalten. Aber vielleicht geht ja vor der Halbzeit sogar noch was. Und vielleicht führen wir nächste Chance. Aber es sind auch noch keine richtigen. Es sind acht kleine Chancen, die wir hier haben. Noch keine gute, noch keine riesige Chance. Jetzt vielleicht 40. Jawohl, die erste gute Chance für uns. Und der ist auch nicht drin. Wieder eine Ecke. Wieder eine Ecke. Und wieder ist Umarida, der Mann vom Gegner, der hier irgendwie ein Top-Spiel macht. Absolut genial. Aber das hilft uns nichts. Wir wollen hier gewinnen. Franz bekommt Geld nach einer Diskussion mit dem Schiri. Diskutiert da sehr eindringlich. Geld ist die Folge. Die zweite jetzt schon für uns in dem Spiel. Aber das ist alles egal. Wir brauchen das Tor. Jetzt vielleicht. 44. Der Lucky Punch vor der Halbzeit. Wieder nicht. Wieder bleibt es beim 0 zu 0. Zehn Chancen. Zehn Chancen in einer Halbzeit. Und wieder geht nichts rein. Also wir brennen in jedem Spiel ein absolutes Offensivspektakel ab. Aber wir schaffen es nicht, dann die Tore zu machen. Das ist das Problem. Zwei Minuten Nachspielzeit. Da fragt man sich wofür. Steht hier geschrieben. Und dann geht es erstmal rein in die Pause. Erstmal ein bisschen durchatmen. Okay. Wer ist nicht so drauf? Parker. Nur eine 4. Aber würde ich ganz gerne innen lassen. Der hat zuletzt ein Tor gemacht. Den motivieren wir nochmal. Ich kann es besser. Das weiß ich. Das wissen wir auch. So. Hier überall mal motivieren. Und einen Neumann loben wir mal. Danke. Ich hänge mich weiter rein. Wunderbar. Massagen kann ich gar nicht verteilen oder wie? Drei Massagen übrig? Irgendwie nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier steht drei Massagen. Naja. Egal. Halbzeitansprache. Wir gewinnen. Das haben wir mitgegeben. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Ich probiere es ein weiteres Mal. Ich gehe ein weiteres Mal offensiv ran an die ganze Geschichte. Denn das ist absolut nötig. Wir brauchen hier die drei Punkte. Wenn nicht jetzt, wann dann? So. Alle mal warmlaufen lassen. Und dann gucken wir rein. Und hoffen, dass wir uns wieder ein paar Chancen erspielen. 52. Wieder nicht rein. Unglaublich. Mann, 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 Mann. Es ist Chance Nummer 11. Für alle, die mitzählen wollen. Das ist schon krass. Also Chancen spielen wir uns echt viele raus. Aber die Tore müssen wir fallen. Jetzt vielleicht. 54. Gute Chance. Wieder nicht drin. Es war eine Ecke. Es war die gefühlt 100. 100. Ecke in dem Spiel. Nee, die 5. Erst. Bei 12 Chancen. Und auch der Ball will einfach nicht in den Kasten. Unglaublich. Ei, 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 ei. Was willst du da ändern? Nee, wir spielen ja gut, aber die Tore wollen nicht rein. Wir wechseln nochmal. Wir lassen jetzt mal... Wir nehmen Parker rausspielen mit Leipzig. Die sind vielleicht noch ein bisschen mehr reingespielt. Weißer. Ähm. Wer ist denn schlecht? Knoll spielt nicht so toll. Oh, das bleibt sich. Ähm. Dann wechseln wir hier mal. Und spielen so mit... Wobei, das bringt nichts. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ähm. Schwinke lassen wir drin. Oh, wir wollen ja großartig wechseln. Das ist auch die Frage, ne? Das ist auch die Frage. Ich glaube, wir lassen es trotzdem erstmal. So, wir wechseln erstmal einmal. Und schauen, wie es weitergeht. Weil viel großartig was ändern. Jetzt halt mit einem, ähm... Schäfczyk reinbringen und einen Schwinke vorschieben. Schwinke ist ja doch eher defensiv orientiert. Das wollen wir ja nicht. Jetzt aufgepasst. Gefällige Freistoßchance in Erfurt. Oh, Thiele wird mit einem Foul gestoppt. Es gibt einen Freistoß aus 17 Metern. Das ist eine Position für Hakan. Schala-Noglu. Unsere Leihgabe. Langer Anlauf. Wird von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Und dass aus einer Ecke nichts wird, das kennen wir. Mal gucken. Vielleicht doch. Vielleicht gibt es jetzt mal die Chance. Vielleicht können wir jetzt mal das Tor schießen. Nee. Die Ecke ist erst gar nicht gefährlich. Wird erst gar nicht angezeigt. Dafür gibt es Gelb für Smile Moravid. Hier nach 61 Minuten. Meine Güte. Gibt es doch nicht. Geht nochmal drauf, Jungs. Gibt nochmal alles. 63. Minute. Wieder nichts. Vermeintliche Abseitsstellung von Thiele wird zurückgepfiffen. Aber es war wohl gleiche Höhe. Also da werden wir dann auch noch unglücklich benachteiligt. Nochmal der Wechsel. Bei den Erfurtern. Ich bin am Überlegen, ob ich Franz rausnehmen soll. Ich traue dem Braten nicht. Ich glaube, der kriegt noch Rot. So, Leipz bekommt einen Ball bei einem Befreiungsschlag voll ins Gesicht. Er ist leicht genommen. Kann aber weitermachen. Und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt auch mal und bringen ein Büro für Franz. Weiß nicht. Ich glaube, Franz ist da ein bisschen zu hitzig. Wollen wir mal nichts riskieren. Ähm, dafür bringen wir jetzt halt mal Schwertfeger. Kann der auch links ran? Nein, natürlich nicht. Kann weißer links. Ja. So. Und rechts Weber. Denn Schwertfeger ist schnell. Das können wir durchaus mal probieren. Taktik. 46%. Beziehungsweise das lassen wir mal auf 40. Aber gehen wir vom Pressing her hoch. Ähm, das lassen wir. Thiele machen wir mal hier. Okay. Und das passt ja soweit auch noch. Was ist los? Woran liegt es? Habt ihr eine Erklärung? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Aber ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wo hier was nicht schwimmen kann. Wir spielen ja einen guten Fußball. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist gar keine Frage. Das sieht richtig stark aus. Wir haben 13 Chancen unser Spiel. Haben auswärts 61% Ballbesitz. Aber es steht 0 zu 0. Und das ist das Problem. Und mit ein bisschen Glück und ein bisschen Zufall macht hier auch noch Erfurt das 1 zu 0. Und dann ist aber mal die Hölle los. So. Gebt nochmal Applaus. Die Fans klatschen. Und jetzt gibt es die zweite Chance für Erfurt. Und genau sowas meine ich. Wenn es dann klappert, dann ist echt was los. So. Viertelstunde noch. Voller Angriff. Gib Gas. Da ist was drin. Da muss was drin sein. Aber die Jungs. Es geht nicht mehr. Es geht nichts. Es kann nicht sein. 81. Minute. Nochmal der Wechsel. Boah ey. Es ist zum Verzweifeln, oder? Woran liegt es? Wo ist der Fehler? Nochmal der Wechsel. Gabel rein. Mio Tunjic raus. Acht Minütchen noch. Plus Nachspielzeit. Haben sich beide Mannschaften schon mit dem 0-0 angefreundet? Also ich auf jeden Fall nicht. Geht drauf, Jungs. 89. Die Chance. Glanzparade. Von Frederik Löwe. Gibt es doch nicht. Gibt sie das dritte Unentschieden im vierten Spiel. Es sieht fast danach aus. Mann, 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 Mann. Gibt es vielleicht nochmal, ja, eine Minute Nachspielzeit. Dann dürfte es das auch hier schon wieder gewesen sein. Gucken wir mal rein. Aber ja. Schluss. Aus. Vorbei. Es ist der Wahnsinn. Es ist absolut der Wahnsinn. Wir schaffen es nicht irgendwie aus unseren zehntausenden Chancen Kapital zu schlagen. Es ist der Wahnsinn. Das vierte Spiel in Folge, das wir nicht gewinnen können. Und damit ist der Saisonstart endgültig vermasselt. Muss man so sagen. Drei Punkte aus vier Spielen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir schaffen es nicht. Es ist unglaublich. Ich finde, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wir kommen hier nicht irgendwie raus. Unglaublich. Drei Unentschieden. Eine Niederlage. Mann, Mann, Mann. Und das bei eigentlich einem so leichten Auftaktprogramm hier. Was die Gegend angeht. Karlsruhe haben wir hier. Gut, Paderborn jetzt weit oben. Union Berlin. Und dann eben Erfurt. Und wir haben nur drei Punkte. Drei magere Pünktchen. Mann, Mann, Mann. Hier haben wir jetzt auch Chancenauswertung. Beziehungsweise Verwertung geht auch weiter runter. Jetzt nur noch auf Rang 11. Das muss besser werden. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da irgendwie was machen. Vielleicht probieren wir auch nochmal die ein oder andere Teambuilding Maßnahme. Sprich Essen gegen Vergnügungspark oder sonstiges. Damit das Team vielleicht auch nochmal ein bisschen besser zusammenrückt. Damit die letzten Schliffe, die letzten Feinheiten auch noch stimmen. Denn ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. So, Berlin auf jeden Fall weiterhin ungeschlagen. Beziehungsweise immer noch ohne Punktverlust. Duisburg lässt ein bisschen Federn. Spielt nur unentschieden gegen Paderborn. 3 zu 3. Ja, und Sandhausen immer noch ohne Punkt. Vier Spiele. Vier Niederlagen. Die Stimmen zum Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt. Das Spiel für uns zu entscheiden. Wir hatten 45 Minuten das Spiel im Griff. Trotz unserer totalen Überlegenheit haben wir aber unsere guten Möglichkeiten nicht genutzt. Wir hätten das Spiel tot machen müssen. Der Gegner konnte in der ersten Halbzeit überhaupt nicht am Spiel teilnehmen. Aber wer solche Chancen auslässt, der braucht sich nicht wundern, dass er nur mit einem Punkt nach Hause fährt. Und das sind eigentlich genau die Worte, die ich jetzt immer gesagt habe. Und das ist auch genau das, wie es eben aussieht. So einfach ist es. Du musst die Dinger machen. Und wir können eigentlich schon fast glücklich sein, dass wir hier nicht noch verloren haben. Denn meistens ist es ja wirklich so, dass der dann hinten noch raus den Ausgleich kassiert. Meine Güte. Beziehungsweise dann eine Niederlage sogar. Okay, Parker zweimal getroffen. Thiele dreimal getroffen. Es ist ja nicht schlecht von der Ausbeute. Ich glaube, ein Leib hat es auch nochmal getroffen, oder? Nee, noch nicht. Es ist ja nicht schlecht. Fünf Tore. Aber wenn du dann am Schluss nur drei Punkte da hast, dann ist es eben zu wenig für unsere Ansprüche. Okay. Spieltagsstatistik ist erstmal nichts Neues. Hier ist auch erstmal nichts Neues. Da waren wir ja gerade. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter in die nächste Woche.